Bitte, 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 ist alles ein schlechter, bitte ist ein schlechter, nein, wo ist es, ah, scheiße, der Piero, Hernandez, ah, Pirlo selber, Junge, hatte er sogar drin direkt, alter, eigentlich nicht, oh mein Gott, was war das, ey, man, ey, warum macht der das, ich hab das nicht gedrückt, ach man, alter, das war so unfair gerade, ich hab das nicht gedrückt, komm, Ronaldo, komm, Ronaldo, zeig, was du drauf hast, let's go, 2, 1, 2, 1, komm, nein, ey, was ist das, ey, oh mein Gott, der kriegt tot, ein Tor geschenkt, ey, der kriegt, hm, oh man, alter, ey, man, jetzt hat er wieder ein Tor geschenkt bekommen, ja, 4-4, was ein Game, alter, was ist das für ein Game, erst halte acht Tore, ey, ja, 5-5, alter, what the fuck is this game, alter, was ist das für ein Spiel hier grad, 11, ja, ich hab gelockt, 6-5, alter, scheiße, komm, alter, nahm Gottes, 5-up jetzt, oh mein Gott, was macht das für ein Spiel, 6-5, what the fuck, nein, bitte, bitte, schlechter Gegner, bitte, schlechter Gegner, bitte, schlechter Gegner, alter, what the fuck, 98er rundet wieder am Start, wie viele haben die denn, so 4 Millionen kostet der, das ist wohl schlecht, dass meine Chance ist, der ist nicht gut, Messi, ja, Junge, der ist so brutal, der linker Fuß, ey, wenn du einmal schießt, Junge, Messi, lalalalalalala, lalalalala, alleine, scheiße, Moussa ist ja schnell, alter, ist der Moussa brutal, ey, was ist das, für ein Cheat dieser Hulle, nein, nein, bitte nicht, ey, nein, Moussa, Junge, der voll klein gewinnt, guck mal, du, ey, gegen Suarez, 2-2 Suarez, Spiel, ja, 3-2, geht, meine Freunde, ist für einzinho, das ist für eine Schein, das ist für ein theyen, das ist für einen 켜friskt und kilos Explorer, der K spiel, Mann�um, jetzt ist man hier drehstick, komm, Messi, ja, Messi, guck mal hier, von wegen wie die Spiele schwierig werden, ist er nicht da, wer ist da? Er wählt meine Freunde, 5-2! Komm, bitte, cooler Gehrt, ja, korrekt. Bitte, bitte, irgendein schlechter, bitte, irgendein schlechter, bitte, bitte, bitte. Ja, okay, geht, aaaa, ja, aber auch starkes Team, ey. Nein, nein, guck mal, wie einfach das ist bei dem, mein Rücken juckt, der juckt so richtig hart, ey. Komm, machen, Messi, ja, 2-1-1, hu 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 hu. Messi, zweites Ding, Messi, juhu. Pirlo, Alter, oh mein Gott, was macht der Pirlo da? Nein, oh mein Gott, sein Ressus. Spiel, Messi, bitte. Ah, bitte, mach ihn. Ja, 3-2, was ist das für ein Lacktor? Oh mein Gott, wie kann man so viel Glück haben? Nein, bitte, pfeif doch ab, das ist, ja, hu hu. Jetzt brauche ich noch einen Sieg von zwei Spielen. Einen Sieg, komm, Alter. Jo, was geht ab, Freunde, ich komme zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und ja, heute, ja, haben wir die letzten Spiele der Food Champions. Und, äh, ich denke mal, aus dem, ich weiß nicht, wie viel ich im Intro gezeigt habe. Ich, ich plane die letzten drei Spiele, bevor, also die, bevor ich hier bin. Ich zeig euch jetzt die letzten beiden Spiele. Und ich plane euch, äh, Spiel 36 bis 38 auch zu zeigen. Als, also, als Zusammenfassung, als ich mit meinen Freunden, äh, in der Party war. Deswegen, das Commentary ist ein bisschen, äh, broke, aber ist ja egal. Ich sage euch schon mal, meine, ja, meinen, meinen Stand, meine Bilanz. 28, äh, Siege haben wir, zwei Spiele noch. Also brauchen wir einen Sieg für Elite 3. Und auch, äh, einen Sieg, um den Traum, ja, Elite 1 monatlich erhalten zu bleiben. Hm, macht das überhaupt Sinn? Ist doch scheißegal. Äh, auf jeden Fall, ähm, falls wir jetzt einen Sieg holen sollten, könnte ich monatliche Elite 1 schaffen, indem ich nächstes Wochenende wieder 29 Siege sage, also wieder Elite 3 schaffe. Falls ich beide Spiele holen sollte, ja, bräuchte ich sogar nur 28 Siege. Aber reden wir erstmal von einem Sieg. Also, ich wäre richtig enttäuscht, wenn wir den einen Sieg nicht holen. Und wie gesagt, also, Freunde, ähm, ich weiß nicht, was ich euch gezeigt habe jetzt im Intro, aber ganz ehrlich, Messi, Junge. Ein Abonnent hat unten geschrieben, ähm, Messi, man merkt, dass er nicht so stark ist, wenn man gegen richtig starke Spieler oder, äh, mit Delay spielt. Und ich muss sagen, das war nicht der Fall, Freunde. Er hat, er kam einfach und wirklich hat mich so oft gerechnet mit seinem linken Fuß. Wirklich, sein linker Fuß ist einfach ein Hammer. Der ist ein Hammer. Und, Freunde, also, ich bin ehrlich gesagt, ich glaube, ich werde ihn behalten. Also, ich bin mir noch nicht sicher. Falls irgendwas passieren sollte, werde ich ihn vielleicht auch noch verkaufen, wenn ich die Münzen brauche. Aber bis jetzt werde ich ihn vielleicht sogar behalten, Freunde. Und, ähm, ja, bevor wir dann reingehen in die, äh, ja, in die letzten beiden Matches, zeige ich euch noch mal eine Transferliste. Ich habe ein paar Sachen verkauft. Höwedes zum Beispiel 5,7, 5,3. Draxler für 9,9. Das war krass, da habe ich direkt weggehauen. Und hier noch mal ein paar Vitolo, ja, fast 4k. Makinius fast 5k. Und sonst, ja, die meisten 83er, die bis 4k hoch gingen, habe ich, glaube ich, weggehauen, ja. Weil ich dachte, 4k ist wirklich ein guter Preis. Ja, da habe ich weggehauen. Und ein paar sind hier noch am Laufen, die ich ein bisschen teurer drin habe. Und, äh, was haben wir denn hier für Packs? Ähm, ja, komm, wir machen das Premium-Goldset auf. Habe ich für eine Wochen- oder Tagesaufgabe bekommen. Und, komm, für ein gutes Glück. Komm, komm, ihr, gib mir ein Leinwand, bevor wir in das erste Spiel gehen. Oh, scheiße, das ist kein gutes Ohm, oder? Alter, das war echt noch ein Nonreal, Alter. Das ist kein gutes Ohm. Das ist kein gutes Ohm eigentlich. Ähm, 82er ist aber okay eigentlich an sich. Ähm, sind die tradable? Nope, not tradable. Und dann, ja, tun wir die alle in den Verein. Und dann würde ich sagen, gehen wir, ja, in das vorletzte Match. Hoffentlich können wir das gewinnen und der Elite mit einpacken. Und, ja, let's go. So, Freunde. Der vorletzte Gegner. Schauen wir mal, was für ein Team er hat. Oh, oh, oh. Das wird ein Brocken, das wird ein Brocken. Das wird einfach ein verdammter Brocken. Fast so ähnlich wie meins. Also, ich würde sagen, ähm, ähm, äh, Verein ich fast gleich. Er hat Neymar, Messi, Suarez. Also, ich hab Ronaldo, aber dafür hat er auch, äh, ähm, ähm, Vidal. Also, oh, das wird jetzt, das wird jetzt ein Brocken, Freunde. Nein, schade. Nein, die Bräune. Äh, in letzter Zeit lässt mich die Bräune und Pirlo ein bisschen im Stich mit ihren Shots, ey. Die hatten mal bessere Tage gehabt mit ihren Shots. Nein. Don't lose. Nein, das war dumm. Das war dumm. Das war dumm. Das war dumm. Hey, immer will ich aufnehmen, Freunde. Ich schwöre, ich weiß nicht, warum ich so schlecht spiele, wenn ich aufnehme. Ich verstehe es einfach nicht. Wenn ich nicht aufnehme, spiele ich ganz anders. Ich weiß auch nicht, warum, ey. Weil ich kommentiere vielleicht. Ich höre auf zu kommentieren. Nein. Nein. Nein! Ey, komm mal, was ist das, ey? Ich will nicht das im letzten Spiel machen, ey. Ja, der ist einfach wirklich richtig chancensicher, Alter, vorm Tor. Oh, komm mal, wann gehst du für den Ball weg? Scheiße, das war's, Freunde. Ich vergib noch mal mein Bestes bis zur Halbzeit. Wenn da nicht läuft, dann ragequittele ich einfach. Komm, 3-1, ey. Komm. Jedes Mal haut er mich so um, ey. Und es ist kein Foul. Dann direkt Konter-Tor. Geh doch mal richtig drauf. Wow, wow, wow. Was soll ich sagen? Valencia... Seht ihr das? Er ist vor dem... Wie kann er durch Valencia durchtreten? Valencia steht doch vor und ich drücke X passen. Und warum kann er einfach ein Tor schießen, wo Valencia vor dem steht? Er wird das eh wegdrücken, weil er weiß, dass es ein Aids-Tor war. Guck da! Digga, was? Durch seinen Fuß, oder was? Das steht doch vor dem. Das ist lächerlich. Wenn du noch ein Tor machst vorne geh ich raus, ey. Okay, Freunde. Warum will ich nicht aufnehmen? Ich habe gerade gegen so krasse Gegner gespielt. Und dann spiele ich ein... Nehme ich einmal auf, Alter. Direkt sowas, ey. Okay, letztes Spiel. Die Entscheidung. Kann ich mich nochmal aufrappeln. Bleibt dran. So, Freunde. Das ist der letzte Gegner. Ich werde diesen Match ein bisschen weniger kommentieren, weil ich werde Musik hören. Ihr wisst, das hilft mir. Das Team ist schlagbar. Mein Kryptonit Hernandez ist da. Aber sonst... Come on. Let's go. Let's do this. Let's take Elite. Ja! De Bruyne! Ich habe geschenkt. Ich habe ihm das Tor geschenkt, Alter. Wie schlecht kann man verteidigen? Verdammt! Nein! Nein! Oh mein Gott! Nein! Das war's! Alter! Ich hasse... Ich habe zwei Versuche und ich hasse nicht. Ich habe zwei Spiele. Ich habe davor so gerackert und dann kann ich nicht mal einen Sieg holen, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe einen Laufschwiffen gemacht. Ich habe einen Laufschwiffen gemacht. Ich wurde um ein Tor geraubt. Ich wurde geraubt. Ich habe einen Laufschwiffen gemacht. Ich habe einen Laufschwiffen gemacht. Warum macht der so was? Ich schwöre auf mein Leben. Ich habe einen Laufschwiffen gemacht. Ich wurde beraubt. Freunde, ey. Ich schwöre auf mein Leben. Ich habe einen Laufschwiffen gemacht. Ihr kennt diesen Bug. Ihr kennt diesen Bug. Es gibt bei Squad Build so oft. Und jetzt bei Online ab und zu mal. Ab und zu mal. Und ich habe einen Laufschwiffen gemacht. Ich schieße einfach komplett drüber. Komm, Alter. Ich habe so gekämpft dafür. Ich habe so gekämpft. Ich spiele scheiße auswärts. Weil jeder immer heimspielen will. Ich spiele auswärts und werde dafür so bestraft, Alter. Ihr seht das hier. Ihr seht das hier. Eine scheiß Statistik. Jedes Mal. Ich muss an meinem Abschluss arbeiten. Ich muss irgendwie einen anderen Schuss auslegen. Außer Laufschwiffen. Der Laufschwiffen ist einfach nicht sicher. Er ist sicher, wenn er rauskommt. Aber wenn er nicht rauskommt. Wie eben. Ich stand vor dem Tor. Ich mache einen Laufschwiffen. Der schießt komplett drüber. Das ist nicht das erste Mal dieses Week in League. Und deswegen schaue ich wieder nicht Elite 3. Ich könnte mir selber einen boxen, Alter. Es regt mich so auf. Damit es auch monatliche Elite 1 eigentlich komplett weg ist. 30 Siege wird schwer nächstes Wochenende. Und es ist Silvester. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das spielen werde dann jetzt. Alter. Ganz ehrlich. Sonntag ist Silvester. Ich muss das dann, wenn überhaupt, dann Freitag, Samstag spielen. Und ich weiß nicht, ob ich Bock habe jetzt, Alter. Ganz ehrlich. Scheiße, Mann. Ich mache einen fucking Laufschwiffen, Alter. Ich fuck. Wie jedes Mal mache ich einen Laufschwiffen. Das ist der Controller wahrscheinlich. Keine Ahnung. Das regt mich so auf, Freunde, ey. Ich habe vorher so gekämpft noch. Es ist noch 8 Spiele übrig. Ich habe davon 4 gewonnen und 1 verloren. Ach. Ne Quatsch. Ne Quatsch. Ich habe 5 gewonnen und 1 verloren. Ich habe so gerackert. Jetzt habe ich noch 2 Spiele gehabt. Ich muss nur 1 gewinnen und verliere. Beide. Für die beide, Alter. Ich wurde am Ende echt beraubt, Freunde. Immer und immer, immer bin ich der bessere Spieler. Ich habe immer doppelt so viele Chancen. Und ich mache die Dinger nicht rein. Und ich sage nicht, einerseits ist es ein bisschen eine Spielschuld, ja. Aber andererseits ist es auch, bin ich das. Ich muss dran arbeiten. Und ja, das war es wieder von dieser, ja, von dem Video. Alter, ich bin so krass enttäuscht. Ich bin so krass. 2 Spiele, Freunde. 2 Spiele. 1-0 Gewinn. Der letzte Gegner war auf jeden Fall nicht gut. Der letzte Gegner, den hätte ich besiegen müssen. Ach. Was soll man machen, Freunde? Was soll man machen? That's life, man. That's FIFA. That's fucking FIFA for you, man. Wie gesagt, keine Schuld an das Team. Ich war knapp davor. Natürlich kann ich auch selber mängeln. Es sind unnötige Tore weggegeben. Unnötige dies, das. Und ja. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, das Video. Wieder. Das heißt, ich hätte schon mal so eine Folge gehabt. Wo ich 28 Siege hatte. Zwei Spiele und beide verloren haben. Und ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht mache ich das nächste Mal, wenn ich so stehe, dass ich es nachkommentiere. Vielleicht liegt es daran, wenn ich immer aufnehme, spiele ich einfach wirklich manchmal schlechter. Ist einfach so. Und vielleicht mache ich das nächste Mal so, dass ich es nachkommentiere. Ich weiß es noch nicht. Ich schaue mir mal, Freunde. Ansonsten, ja. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Leider wieder nur Gold 1. Tschüss. HochschuleDIA Untertitelung des ZDF, 2020